Amazon macht sein Abo-Angebot Prime in Deutschland und Österreich teurer. Bei monatlicher Zahlung wird es 8,99 Euro statt bisher 7,99 Euro kosten und pro Jahr werden 89,90 statt zuvor 69 Euro fällig. Amazon begründete die Preiserhöhung am Dienstag in einem nächtlichen E-Mail an bestehende Kunden mit generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund flohen Inflationen, die auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen, heißt es. Die Änderung gelte frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung an oder nach dem 15. September 2022, heißt es weiter. Der weltgrößte Online-Händler verweist bei der Ankündigung am Dienstag auch darauf, dass es die erste Anhebung seit 2017 sei und man das Angebot unter anderem im Videostreaming ausgebaut habe. In Österreich war Amazon Prime im Jahr 2014 gestartet, damals kostete es 49 Euro im Jahr. Prime ist für Amazon ein wichtiges Instrument der Kundenbindung. Die weltweit mehr als 200 Millionen Abo-Kunden bekommen bei Amazon und teilnehmenden Händlern auf der Plattform kostenlosen Versand, auch ohne Mindestbestellwert und können zudem unter anderem auf Video- und Musikstreaming zugreifen. Im Heimatland USA hat Amazon bereits im Februar eine Preiserhöhung von rund 116 Euro auf 136 Euro bei jährlicher Zahlung verkündet. Nach 500 Abo-Kunden